ach nein war kurz vorm ziel schaffe ich doch nicht noch mal sich durch ja wenn man sich alles abbauen kann man weiß ja nie bei mir hat man das genau er hat ja kein panda skin mehr ja alles stimmte piraten was wir sind alle jack sparrow nein ich immer noch nicht genau saub ab ich habe es geschafft und ich war kurz davor hat sich ich meine keine ahnung ich schaff es nicht mehr zu springen ist das ist ja wenig nein nein kein checkpoint kein einziger mehr wolle ich hau dich mit meinem holzstock den wo ich dir hier darf man keine rote wolle kaputt machen stimmt man darf rote wolle kaputt machen hör auf ich sehe dich aber du hast gesagt man darf rote wolle kaputt machen die nicht darf man auch blöd kaputt machen nein 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 ich kann langsam auch nicht mehr hier wenn man zu oft springt dann meine leertaste hatte ich gerade beschwert oh die arme leertaste so aufhören sich zu beschweren ich habe rote wolle dabei ich kann reparieren weil ich ein kastet wieso springt dieser verdammt dumme kitty kitty komm mal her doch komm mal her was hast du da wieder ich sehe das ich sehe das ich sehe das ganz genau ach stimmt oder wolle das mal kaputt machen was steht hier road of rewardness auf in den smiley jetzt schummelt die einfach oh mein gott gibt's doch nicht ich war hier auf diesen einem blöden block da das ist kein schummeln die roten darf man kaputt machen ich bin schon wieder in irgendjemand drin das ist echt äh hier ist ein leeres schild hä nein da steht aber drauf ähm steht da bei mir ist es leer rote wolle dürfen wir kaputt machen jetzt nicht mehr diese nicht pink darfst du aber auch nicht hast du das den das spezielle item gefunden welches spezielle item müssen wir doch pink kaputt machen du kannst es nur benutzen nachdem du den ganzen map abgeschlossen hast achso huge checkpoint mhm einfach mal so frisch was ist das iron legends achso okay ähm und dann bin ich mal das schild was da hinten steht wo denn da da hinten da da das da das heißt ja ende von version 1.0 fahrt fahrt nun fort mit 1.1 ein software update jay step point ähm steht da wenn du runterfällst springe bitte in die lava und dann ist eh alles weg wenn ich da runterfällt geht in die lava und dann ist eh alles weg weißt du da gab's gezeugt ja ja äpfel und hosen sagt er da hinten steht so kann ich jetzt hier vorlesen der kommt man nicht mehr hoch ich will was wieso kommt man da nicht mehr hoch achso oh da ist ein leiter der kommt man nicht mehr hoch ich sehe mich jetzt schon runterfallen und die ganzen gastränen werden weg sein also nach dem besuch von mario und dem versuch awesome zu werden panda komm her du kannst besser springen als ich als kriege für die gastränen ich bin nun auf dem weg die nächste epic gem map zu erkunden so stand da wenn leute mir dazwischen labern auf geht's die darfst du immer hauen wenn sie labern jetzt zum beispiel nein doch nein sehe ich nicht ein wiehe ich fall jetzt runter ich habe den weg schon einmal geschafft eine gasträne so diese truhe war ein geheimnis pull the level wall deswegen steht hier auch so offen hier rum das ist voll das geheimnis äh soll ich den schalter soll ich den schalter mal schaltern da unten warte warte da sind darfst du schalter schaltern ah ich will das lesen betätetigen schalter um zu 1.1 das heißt über wien weiß ich gar nicht mehr ich habe auch keine ahnung ich bin so schlecht in englisch na dann betätige ihn mal es ist wirklich wichtig welchen weg wir wählen es ist ihr seid so fett ich sehe nichts ja welchen weg gehen wir jetzt ja immer den rechten weg ja dann müssen wir alle da lang und ja beide führen 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 hierher und eine troll map ich will nicht ich habe ja direkt einen block über mir ja ich bin da runtergefallen hier stehen schilder ey troll hier was troll hier ja Mario kam her und hat die ganzen platz geklaut war zu bolle da vor und dann kann man die chest nicht öffnen man soll hier runter fallen schätze ich mal bestimmt da oben ist dann nix oder was doch da ist eigentlich eine gasträne drin und wie ihr alle erwartet habt 1 und 1 update hier unten ist ein secret drin aber ich papiere es nicht mach egal leute lese euch das vor ihr wird immer zwischengelamert aber ich weiß nicht ob man da rein kann so wo bin ich drin da ist nur secret in hier kein secret hier wieder wolle vorlesen bringt hier ja nix nein aha aha warum sind hier gleich denn ein pilz muss bestimmt von einer seite rein und auf der anderen seite raus oh ich komm hier nicht mal rüber ey wie hoch einfach gehen haha jetzt steht wieder irgendwer in mir ja gleichfalls jawohl ja nicht nur ich ja ja da steht man noch da oben dann springen sie schon weiter hoch Raphael darf man nicht kaputt machen ne nein Aua sag mal da kommt schon wieder einer war doch noch gar nicht gesprungen eh so oh oh hier steht auch was ja wie ich möchte natürlich kannst du das nicht erreichen was kann man nicht erreichen die leite da oben die leite da oben was geht alles was geht alles in den Bild rein oh nein 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 bin ich runtergefallen komm ich mal auf den Block komm ich mal auf den Block hier kann man sich nicht festkrallen das ist ätzend doch hä was ich kann hier nicht mehr sag mal ich bin zu doof dafür glaub ich langsam gleichfalls nein hau so schlauze ich ich hab diesen Pilz welchen 10.000 kleine Einzelteile dann hast du mehrere kleine Pilze was ist denn an dem Pilz so schwer der Pilz ist das einfachste hier einfach mit Schiff die Leitern lang Schiff halten und lang Schiff vergessen das ist einfachste bei dem Ganzen komm doch nicht mal den Pilz rein ja dann ist das deine Unfähigkeit da kann der Arm gefilzt nichts führen oh mit Schiffen wir sind jetzt einfach hier oben dann muss ich Hilfe ah Drecks Ding Alter was hast du die secret chest im wasser gefunden äh was aber da war doch keiner keine Ahnung ich bin froh dass ich hier oben bin irgendwo soll ein secret chest im wasser sein irgendwo soll ein secret chest im wasser sein irgendwo soll ein secret chest im wasser sein wo muss man denn hier hoch Pitti was tust du da ne auf dem Block davor und an die Leiter oder nicht was wie wo wann wo ist die an die Leiter weiss nicht wie du da hingekommen bist ich bin an die Leiter gesprungen vom Pilz aus vom vorderen Block aus von hier das klappt ja ja nein schön Shift halten wenn du an der Leiter bist ne ähm ich esse mir jetzt ein Schörtchen und warte ne du das ja ja ich wünschte ich könnte aufnehmen Mensch warum nicht zu weiter aufnehmen dann hätte man jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven das Ganze richtig ich will nach nur jetzt bei dir nämlich äh äh irgendwie will mein PC da nicht mehr so der verschiebt alles der verschiebt Ton und Bild und alles mögliche ja 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 da ist ja nirgendwo Wolle hier steht da ist kein Secret hä WTW did you find the secret just in the water ja by the way ich verobacht euch mal hier ist auch kein Wolle ne hab ich auch geguckt mehr Wasser gibt es ja hier nicht ne oder ist das was auch im Süßbach darstellen hier im Pilz war ja auch nix nein oah wer weiß vielleicht ein Trollschild das sind diese Deckensprünge ich hab auch keine Ahnung wo ich jetzt hin soll äh tipp ich bin am Ziel da wo ich stehe ich stehe hin ja ja ich wusste nicht ich hab die Treppe gar nicht gesehen stimmt da sag mal da ist ein chest da drüben äh Hi Kitty Hi hier steht hier steht hier steht da ist ein chest da drüben ja you made it aha ich hab sie und was war drin Gasträne jep jetzt muss ich wieder den ganzen Weg laufen nein da ist nur eine Abkürzung die ist aber gecheatet ist mir egal checkpoint viel zu wenige das brauchen wir ja ewig lange wenn wir durchkommen ja du hast es geschafft also wolle ist hier auch keine feldsang kannst du den checkpoint hoch hier gibt es keine checkpoints hier gibt es nur einen doch hier ist ein offizieller checkpoint wo kommt der denn her nein boah der hat aber doof gebaut ja der setzt da unten alles unter Wasser ne ja kann man das da oben nochmal ausmachen oh ja nein aber nicht mehr jetzt warte nein 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 nicht nein du mit jetzt das problem ist hier dieses ding ach stimmt guck mal her muss ich das weg machen was macht ihr da oben was macht ihr da oben wieder das wollt ihr gar nicht wissen ich glaub auch die lacht mich aus so jetzt kann er wieder an Hartz 4 Jogginghose Hartz 4 Jogginghose Checkpoint Checkpoint aktiviere dich so geht das schlank sonst schlag ich ey du bist eine dumme Kuh ich hab gar nichts gemacht was bist du in mir ja wie könnt ihr euch auch noch was ich seh nichts das ist so eklig ey ah was denn na ist hier noch irgendwas was das geht dir mir ist so geil du musst da oben gegensteuern wo muss ich fest nicht mehr sonst drückt er dich zurück so ach 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 zu viel verkehr da ich mache gerne mit dir verkehr ich verkehre gerne mit dir ich verkehre in der besten gesellschaft hilfe ich gehe am besten in die ecke und wir kennen die beiden gar nicht eingeloggt einfach wer möchte uns kennenlernen einfach drunter schreiben